Mein Name ist Lea und ich erlerne hier den Beruf der Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik im BMW-Werk Berlin. Meine Aufgaben bestehen darin in der Vor- und Nachbehandlung der Oberflächen der Motorradteile. Dazu gehören zum Beispiel das Schleifen, Polieren, Linieren, das Tapen und natürlich auch das Beschichten der Oberflächen. Und zusätzlich sind wir auch noch für die Qualitätssicherung zuständig. Also das coole an BMW ist, dass man sich hier total zuhause fühlt. Die Kollegen sind alle super nett und wenn mal irgendwas ist, dann kann man jeden ansprechen und es ist hier so wie so eine kleine zweite Familie geworden.